Ihr habt euch verirrt. Ich glaube nicht. Der Aufstand duldet keinen Aufschub. Schließt euch an oder sterbt. Wir sind schon zweimal sowas von gestorben. Und das ist mein dritter Anlauf. Mir ist da was aufgefallen, als ich den Anlauf gemacht habe. Da ist mir was aufgefallen. Und das probiere ich jetzt. Passt auf. Ich gehe mit dem hier hin. Passt auf, passt auf. Und mit dem gehe ich hier hin. Vielleicht wisst ihr schon, was ich vorhabe. Ne, die sind unmenschlich stark übrigens hier. Und die Zauberin, die haut mich um. Immerzu mit ihrem verlangsamenden Frostzauber da sehe ich kein Land mehr. Und schaut mal hin. Hiebschaden 50%. Geschwindigkeit plus 2. Stich. Schwertschaden. Also es gibt nichts, gegen was die nicht immun sind. Stich, Schwert, Hieb. Giftschaden. Ich kann den... Da brauche ich gar keine Gifte auf meine Waffen zu träufeln. Magische Schaden, Resistenz 90%. Ne, und die treffen immer. Also fast immer. Also ich glaube, die sind gerade mal zweimal ausgewichen. Gegen meinen Takati 37 Schaden. So mal rauskauen. Batsch. Nieder. So, passt auf. Mit dem gehe ich hier hin. Oder, wartet mal. Wartet mal. Die fallen ja so hier, ne? Warte mal, dann gehe ich doch mal hier hin. Und hier kann ich eigentlich schon ein bisschen rum. Der war mal nicht schlecht. Die ganze Zeit schießen ist ja nur Mist. Aber jetzt wollen sie es mir zeigen, dass sie auch anders können. Was denn jetzt? Hallo. Wolltest du nicht schießen? Geh mal hier hin. So. Kannst du eigentlich die da hinten? Ne, kannst du nicht. Warte mal, halt das. Mit ihrer Brandpfeile kannst du nicht viel, ne? So, und pass auf. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ach, der ist jetzt durchgekommen. Das ist nicht schön. Wollte ich eigentlich nicht. Der sollte eigentlich... Ja, da hätte ich mich anders hinstellen müssen. Der sollte eigentlich hier bleiben. Hier, 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 hier. Hm. Schlecht. Na gut. Also, du haust jetzt das bitte um. Okay. Ich hab gedacht, die werden da drunter jetzt begraben. Wie? Wir werden doch auch immer drunter begraben. Und dann haben wir keine Chance mehr. Warum werden die denn nicht drunter begraben? Ist ja wieder... Ist ja wieder... Na. So, was mach ich denn mit dir vor lauter Angst? Ach, du bist hier völlig falsch, stehst du. Hm. Du stehst ja... Immerhin, umgeworfen. Das haben wir... Das wollte ich immer auch nicht geschafft. So, kann ich jetzt hier... Dem eine... Über die Rübe zählen? Kann ich. Die ist ja böse. Die ist ja böse. Das ist ja... Die KI ist böse. Böse, 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 böse. Böse! Wartet mal. Da könnten wir uns ja noch weiter zurückziehen. Die fallen, glaube ich, so. Glaub ich. Aber wir müssen noch die hier fallen lassen. Wir müssen noch die fallen lassen. Warte mal. Wir gehen mal hier ränder. 55. 80. Ach, das ist alles nicht schön hier. So, du. Drauf. Du. Ja. Drauf. 29. Das ist zum Verrücktwerden. Warum so viel? Ah, danke. Ach ja, ich gehe ja unter. Ich weiß ja, dass ich untergehe. Ich sieh's ja. Ich hab mich überzeugt, dass ich untergehe. Geht ja grob nix. Ah, das ist mir klar. Das ist mir sowas von klar. Ach man. Ich hab wirklich gedacht, ich hab einen Plan. Aber das ist... Blöde Plan. Ach, so wird's nix. So wird es nix. So ist es blöd. So verlieren wir. So verliere ich. Ich verliere so. Ach, ich verliere so. Ach man. Ach, ich hab mir das wirklich so schön ausgerechnet, ne? Ich hab mir das wirklich schön ausgerechnet. Ach, Takati. Warum kannst du denn nicht ausweichen? Warum hältst du mir so viel Schaden? Blödsinn. Echte Blödsinn. Viel zu viel Schaden erhalten sie. Die Wölfe erhalten fast gar nix. Fast gar keinen Schaden. Wohl, wartet mal. Ich muss trotzdem erstmal mit auf den hauen. Hm. Takati. Mein Freund. Ah, dich krieg ich nicht. Ach man, das ist übel, ne? Das ist echt sowas von übel. Das kann gar nicht übel werden. Dann eben Schattenkriegerin. Dann eben du. Ach, zwei. Zwei! Das ist ja wie wenn... ...nix ist. Zwei. Ja, beschäftigt euch ein bisschen da hinten mit. 37. Da ist der Zauberer dahin. So ein Mist. Na, wartet mal. Eher ich hier vor die Hunde gehe. Das ist ja blöd. Und dann wird gleich die wieder... ...wahrscheinlich... ...hier das... ...in Schutt und Asche legen, ne? Kann ich eigentlich meinen Zauberer wieder... ...kann ich den wieder heilen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, weil der wird immer wieder angeflopfen. Dankeschön. Na, dankeschön. Du liegst. Bist tot. Mein Freund. Was ist denn jetzt passiert? Der ist aber noch mit tot. Gott, oh Gott. Riemen. Der ist... Doch, der ist tot. Wir haben einen tot? Echt? Ist der wirklich tot? Ich glaub's noch. Und? Aber dafür ist unser Freund... ...Takate auch tot, ne? Ich verstehe. Passt auf. Wir werden uns trotzdem mal hier zurückziehen. Denn ich denke, die fallen so um. Denk ich. Achso. Wir hätten ja den wieder ins Leben zurückholen können mit... Naja, gut. Aus. Die Maus. So. Und? Wen? Achso, klar. So, pass auf. Pass auf, mein Freund. Achso, wenn du jetzt hierhin gehst... Naja, gut. Naja, gut. Geh mal da hin. Und du wirst denen ein bisschen was von deiner Lebenskraft abgeben. Lass das. Ich brauche das nicht. Naja, klar. So. Wen? Die hier vielleicht, ne? Oder? Oh, die liegen so schön. Aber die kann die jederzeit wieder beleben, ne? Hm. Eins. Zwei. So fallen sie. Die kann die jederzeit hier... Oder wenn so ein Wulf auf die Idee kommt hier... Da mal dagegen zu kratzen, dann ist es aus. Dann ist es aus. So. Die hat natürlich unendlich Zaubertränke. So, jetzt kann ich aber zumindestens mal volle Kanne drauf haben. Oh, das ist 13. Das ist ja fast Go-Nix, ne? Kann ruhiger wenn mehr. Aber 13. Solltet die jetzt... Was ist denn mit unserem Zauberer? Der ist schon tot, oder? Da gibt es keine Heilung mehr. Sonst würde der ja da unten mit auftauchen, ne? Okay. Ähm. Sollte die... Ja, die sollte... Ach, die hat gar keinen Zaubertrank. Warte mal. Die hat hier... Holzwürmer. Kann sie die? Ja. Für was habe ich die Holzwürmer? Was soll ich noch? Krokos, Gift. Brauche ich alles nicht, ne? Das brauche ich alles so gar nicht. Warte mal, ich könnte eins machen. Mal unseren Zwergen ein bisschen was von meinem Heildrang geben. Der braucht es dringend. Schätze ich. Was ist das? Ich brauche das nicht. Klar. Du brauchst Go-Nix. So. Neunzig. Neunzig. Ähm. Altier. Hundert. Hundert. Ja, dann... Ähm. Wohin? Stellen wir dich denn. Stellen wir dich mal hier hin. Und mach mal hier. Ach so, der zerbröselt jetzt, ne? Nicht schon. Na ja, von mir aus. Da hab ich mal nix dagegen. So. Ach, der ist tot, oder was? Schön. Das ist ja mal schön. Da sag ich nichts. Ach, wenn der tot ist? Dann von mir aus. Dann warten wir mal ab. Ähm. Hm. Dicht, dicht, dicht. Warte mal, ich geh mal ein bisschen zurück. Und 50, 55. Hier bin ich nicht. Was ist mit die 55? Hm. Wie ist die Chance? Ja. Ist eben wie es ist, ne? So, jetzt. Wir können uns weiter zurückziehen. Jetzt ist die Frage, wie fallen die? Wie fallen die? Die Frage ist, wie fallen die? Es ist schwer zu sagen. Was sagt ihr? Wie fallen die? Ich kann's nicht sagen. Ich kann's euch echt nicht sagen. Ich kann's sagen, so. Wäre jetzt, also, so hier. Wäre meine Vermutung. Na, wenn die so fallen, dann hier hin. So, was machst du? Ja, klar. Und kann doch die, die muss doch noch. Oh, Gott. So. Du wartest. Du wartest auch. Ach, nee. Nee. Ah, okay. Okay. Ich seh's ja. Ihr lasst mir keinerlei Chance. Aurelia hätten wir vielleicht noch gebraucht. Na, los. Und da sind's nur noch zwei. Da waren's nur noch zwei. Die sind auch noch. Die leben wir auch noch. Ist nicht so, dass die tot sind. Ich stell mich mal hier hin. Hm. Der braucht trotzdem erstmal einen Haltrang. Ich nehm mal gleich einen guten. Schade, ne? So, dann haut gleich drauf. Mit Follow. Und wen? Ja. Auf. Ein neues. Ach komm, 23. 23. Der ist volle Kanne. Der ist... Ach. So was riecht mich. 23. Warum so viel? Versteh ich nicht. Warum so viel? So, passt auf. Wir gehen trotzdem noch hier hin. Wo? Wie fallen die? Wie fallen die? Verdammt, wie fällt der? Wie fällt der? Ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht sagen. Hier ist so, oder? So. So hier, ne? So. Glaube ich. So hier. Vielleicht. Nein! Verdammt. Ach man! Ach, das ist beschiss. Ich finde es beschiss. Bescheißen doch. Bescheißen ist sowas von. Ach man. Den Zwergen hätte ich noch gebraucht. Der war wichtig. Der war echt wichtig. Der war so richtig wichtig. Ach ja, jetzt kommst du von hinten. Klar. Ach. Blödsinn. Dumm. So, wie fällt denn das dann hier? Das könnte ich gar nicht so. Wie das fällt. Und das da her? Könnte das so fallen, ne? Könnte das so fallen. Das hier wüsste ich jetzt nicht, wie das fällt. Eventuell. Eventuell. Wüsste ich jetzt nicht. Ne, kann ich nicht so. Was mache ich denn? Voll lauter Angst. Am nächsten Mal bin ich tot. Wenn ich wüsste, wie das fällt hier. Das hier fällt hier rüber, ne? Das hier könnte hier Runde fallen. Ach, ich sehe das so schlecht. Hier vielleicht so. Probieren wir es. Ah, ich habe nichts mehr. Ich kann von jeder Seite, von überall her, kann die mich angreifen. So, jetzt kommt es drauf an. Ah, ich habe nichts mehr. Ich habe keinerlei Heiltrunk mehr. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ähm, alle wertesten. Ich bin sowas von am Ende. Tja, meine Freunde. Den nächsten Kampf zeige ich euch erst wieder, wenn ich den gewonnen habe. Also den hier, ne? Also den hier, ne? Aber ich wollte euch einfach nur zeigen, was das für ein blöder Mist ist. Ihr habt mich wieder fluchen gehört. Ah, ihr habt mich wieder so fluchen gehört. Ja. Tut mir leid. Also dann. Der nächste Kampf ist, den seht ihr dann nur, den End, die letzten Runden, ne? Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.